Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du sitzt vor dem Fernseher und es läuft wieder die Werbung. Frauen wollen, dass ihr Haare wie neu aussehen. Deshalb brauchen sie ein Repair Multitalent. Das neue Science Renew mit 7x7 Fach Aktivformel, innere Struktur, Stärke, Gekräftige Tischspitzen und Kennbarkeit und so weiter. Ich erspare dir das Ganze. Du hast vielleicht schon alles Mögliche ausprobiert und nichts hat so wirklich geholfen. Dann habe ich hier meine Top 4 Tipps für dich. 1. Rizinusöl von meiner Schwägerin. Die Schwägerin hatte früher als Kind morgens Rizinusöl in die kompletten Haare einmassiert bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie oft das am Tag war. Aber nicht nur die Haarspitzen, sondern komplett. Und so ist sie und die Geschwisterin den kompletten Tag damit rumgelaufen, abends dann ausgewaschen. Und sie hat sehr, sehr dickes Haar bekommen. Wenn man ein Gummi um ihre Haare macht, hat sie circa so einen Durchmesser. Mega viele Haare. Rizinusöl kommt aus der Pflanze namens Wunderbaum. Es regt das Haarwachstum an, sehr gut gegen Haarausfall, enthält viel Vitamin E, kräftigt die Haare und macht sie weich und glänzend. Ein Tipp, super als Wimpernpflege. Regt sogar das Wimpernwachstum an und hält die Wimpern gesund. 2. OPC, Traubenkern-Extrakt. Habe ich wahrscheinlich schon relativ häufig genannt. Was macht es bei den Haaren? Es regt extrem das Haarwachstum an. Ich habe die Erfahrung gemacht, meine Haare sind dadurch extrem schnell gewachsen. 3. Mineralien. Viele Leute klagen über Haarausfall und wissen nicht, dass man oft selbst dran schuld ist. Warum? Je übersäuerter die Ernährung, umso schlechter die Versorgung der Haarwurzeln. Eine Säure muss immer neutralisiert werden. Dies geschieht durch Mineralstoffe. Und die werden aus dem Haargewebe geklaut, die Haarwurzeln verkümmern, Mineralstoffe fehlen und die Haare fallen aus. Deshalb ist es wichtig, Mineralstoffe zuzuführen. Tipp Nummer 4. Wassertrinken. Damit der Stoffwechsel funktioniert, brauchst du Wasser. Alle Vorgänge laufen nur unter Wasser ab. Genau wie eine Pflanze Wasser braucht, brauchen deine Haarwurzeln Wasser. Deshalb 3-4 Liter Wassertrinken am Tag. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen und falls du keine weiteren Tipps verpassen möchtest, abonniere doch bitte meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Video. Ciao.